Ja, es ist wieder einmal Zeit, dass ich mir die Webseiten von anderen Leuten angucke. Wir fangen natürlich wie immer an mit meiner wunderschönen Webseite, die sehr einfach gehalten ist vom Design her. Also wir haben hier nur Text und alles in einer Spalte und auch nur drei Farben, wie ich jetzt hier sehe, oder vier, egal. Also es ist jedenfalls ein minimalistisches Design, das dafür den großen Vorteil hat, dass die Seite sehr schnell lädt. Das kann natürlich jeder gerne mal ausprobieren und wenn er dabei ist, dann die Seite genauer angucken. Und die Seiten, die ich jetzt heute vergleichen möchte, sind einmal zwei neue Seiten und drei Seiten, die ich schon mal vorgestellt habe. Da möchte ich dann vielleicht nur drauf eingehen, falls sich da das als Vergleichsobjekt anbietet. Also die erste Seite ist diese hier. Das ist eine Seite, die im Rahmen eines Schulpraktikums entstanden ist. Und die Person, die diese Seite hier erstellt hat, hat vorher noch nie irgendwas mit Webentwicklung zu tun gehabt und hat innerhalb von einer Woche hier HTML gelernt, JavaScript ein bisschen sogar schon gelernt. Aber das Wichtigste hier war HTML und CSS und wir können sehen, dass das Design jetzt schon aufwendiger ist als von meiner Website, weil wir ja hier zum Beispiel einen Header haben, bei dem man verschiedene Seiten, Unterseiten auswählen kann mit Hover-Effekten. Und wir hier links eine Navigation haben und den Inhalt hier unten rechts und das Ganze ist auch responsiv. Also wenn wir jetzt das Fenster mal kleiner machen, dann ist plötzlich die Navigation nicht mehr an der linken Seite, sondern alles ist untereinander. Also ja, da muss ich nicht viel zu sagen. Das ist gut durchdacht. Das ist schön. Das ist einfach. Die Seite lädt schnell. Na ja, so. Jetzt aber. Und ja, inhaltlich muss ich da ja nicht so viel drauf eingehen. Ich kann nur kurz mal anmerken, dass es hier um Schulthemen geht. Das heißt, dass wir hier verschiedene Sachen, zum Beispiel für Jugend debattiert oder für Physik, da haben wir Formeln. Oder zum Beispiel für Spanisch, da haben wir Vokabeln. Also soll diese Seite irgendwie verwendbar sein praktisch. Ich weiß nicht, wie viel sie jetzt tatsächlich verwendet wird, aber sie soll zumindest irgendwie mit der Realität zu tun haben. Und das ist ja der Fall. Schöne Tabelle, finde ich. Also das kann man sich richtig schön angucken so. Und das war es dann von dieser Seite hier. Den Klassenarbeitsplan gucke ich mir nochmal an. Ah ja. Oh, am 2.3. haben wir hier einen Bericht abzugeben. Nicht, dass das vergessen wird, aber ich denke mal nicht, dass die Person, die das hier gemacht hat, das vergessen würde. Das wird schon klappen. Ja, die zweite Seite ist eine Neuauflage, nämlich hat das oder haben die, das ist ja Mehrzahl, haben die Studios nachgelegt und eine komplett neue Website entwickelt, die diesmal nicht auf dem Design von Self-HTML aufbaut. Das habe ich ja schon mal bemängelt, dass das irgendwie eine Form des Cheatens ist, wenn man nicht die Seite komplett selbst baut, sondern Sachen von anderen benutzt. Deswegen habe ich auch bewusst nicht WordPress-Seiten hier als Referenz angezeigt. Also es gibt ja zum Beispiel die Seite von meinem Kollegen, der ja unbedingt noch viel mehr Abonnenten braucht. Hier, Little Clone. Und die Seite wurde ja gemacht mit WordPress. Also nicht komplett selbst entwickelt. Das Design auch nicht. Also ich weiß gar nicht, was überhaupt von Design entwickelt wurde. Ich vermute mal nur, die Farben oder Ähnliches wurden eingestellt, aber ich glaube nicht, dass da auch nur eine Zeile CSS für geschrieben wurde. Interessant, dass die Seite einfach leer ist. Naja. Woran auch immer das liegt, kann auch an meinem Rechner hier liegen. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Also ja, dieses Design hier ist jetzt angeblich komplett selbst gemacht worden. Und das kann man auch daran erkennen, dass diese Person zumindest eine IDE hat. Also VS Code ist für mich eine IDE. Ein Code-Editor. Und hier können wir in einem Bild, das viel zu hochauflösend ist, sage ich schon mal direkt, dafür, dass das nur so ein kleines Bildchen hier ist, das erkennen. Und da habe ich gleich schon eine sehr gute Idee, vermutlich, wie man das hier effizienter machen könnte. Nämlich könnte man diese Bilddatei auch als WebP-Bild abspeichern und dann wäre die Bilddatei deutlich kleiner und würde deutlich schneller laden. Abgesehen davon würde wahrscheinlich eine geringere Bildauflösung auch schon reichen. Das CSS ist gut formatiert. Wir sehen nur, dass an manchen Stellen zum Beispiel hier kein Leerzeichen gesetzt wurde. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum die Website noch nicht ganz perfekt aussieht. Schließlich sind Leerzeichen wichtig. Das hier ist eine Regel, die eigentlich nur für WebKit-basierte Browser existiert, aber vermutlich auch schon von manchen anderen adaptiert wird. Das ist also kein echtes Problem. Dann haben wir hier für HTML eine Hintergrundfarbe. Das ist eine interessante Entscheidung, sage ich mal so. Man sollte eigentlich eher sagen, eine falsche Entscheidung. Denn HTML ist das gesamte Dokument. Eigentlich ist der Seiteninhalt, den man sehen kann, nur das Body-Element. Deswegen sollte das eigentlich eine Regel sein, die sich auf das Body-Element bezieht und nicht auf das HTML-Element. Das HTML-Element selbst, das macht gar keinen Sinn, wenn das irgendwelche CSS-Regeln bekommt. Es sei denn, man möchte irgendwelche bestehenden Regeln zurücksetzen natürlich. Ja, soviel zu diesem viel zu großen Bild. VS Code ist eine sehr gute Wahl. Das ist nämlich ein Programm, mit dem man auch viele andere Sachen machen kann, also auch in anderen Programmiersprachen entwickeln kann. Ich möchte jetzt aber nochmal kurz gucken, ob das wirklich VS Code ist oder nicht, dass das irgendwie ein anderes Programm ist. Aber ich glaube schon, dass das VS Code ist. Ja, ist es gut. Es gibt ja noch so andere Programme, die so ähnlich aussehen. Natürlich möchte ich auch, ja, Little Clone hat mich darauf hingewiesen, daran erinnern, dass hier einige Schreibfehler drin sind. Also beispielsweise, wenn wir uns mal diese Projektseite hier angucken. Ne, es war tatsächlich die andere, aber hier fehlen zum Beispiel auch Satzzeichen. Das, ja, da könnte man fast denken, dass derjenige keine Schule besucht hat, aber ich weiß nicht. Ich denke schon. Dann fällt mir natürlich noch das andere Beispiel ein, bei dem, also hier könnte natürlich das etwas größer, aber worum es mir eigentlich geht, ist, dass wir hier einen Fehler drin haben, nämlich in dem Text hier hatten wir irgendwo einen Fehler. Ach, schlecht vorbereitet. Jetzt finde ich den Fehler leider hier nicht. Dann ist er vielleicht doch auf der Startseite gewesen. Mal gucken. Tja, das ist der Vorführeffekt. Ich finde den Fehler leider nicht mehr. Damit ist jetzt natürlich auch diese Seite ziemlich uninteressant zum Zeigen. Ah doch, es gibt noch eine wichtige Kritik. Man hat es hier oben schon gesehen. Und das ist nämlich die Startseite, also befindet sich ja in der Datei index.html. Aber index.html hat man nie in der URL drin. Das liegt daran, dass nämlich Index, das steht ja für Inhaltsverzeichnis, immer für einen Ordner steht, in dem Fall für das Wurzelverzeichnis der Website. Und das bedeutet, dass die Website selbst, also ohne dass man dahinter eine Datei angibt, schon Index.html ist. Und wenn wir jetzt aber auf Projekte gehen und dann wieder auf Home klicken, landen wir auf Index.html. Und das liegt daran, dass wenn man hier, ich habe es noch nicht mal richtig nachgeguckt, aber wenn wir jetzt hier den Seitenquelltext anzeigen von dem Index-Link. Ja, hier. Da steht Index.html. Also eigentlich sollte da einfach nur ein Schrägstrich drinstehen und sonst nichts. Und das Gleiche gilt auch hierfür zum Beispiel. Das ist völlig unnötig, hier nochmal die Domain anzugeben. Man sollte dann immer relative Pfade verwenden, also relativ zu einem bestimmten Grad. Also in dem Fall hätte Schrägstrich Project.html gereicht, aber jetzt ist man ja auf derselben Seite drauf. Oder hierfür eben einfach nur ein Schrägstrich. Ja, dann außerdem empfehle ich für YouTube Channels einen Kurznamen auszusuchen, also dass man dann youtube.com-add und dann einen Username hat. Das sieht viel besser aus und kann man sich auch viel besser irgendwo reinkopieren. Der Headler ist kurz gehalten. Generell ist das etwas, was mir positiv auffällt. Die Seite ist kurz und die Einrückung ist hier leider ein Leerzeichen gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. Wobei noch schlimmer ist, es ist eine Mischung aus Leerzeichen und Tabs, oder? Nein, das sind nur Tabulatoren. Das ist gut. Das gibt einen riesigen Pluspunkt von mir. Jetzt möchte ich aber mal suchen, ob wir doch Leerzeichen drin haben. Ah, ja. Da kam mein Gefühl eben her, wir haben tatsächlich Leerzeichen auch drin. Also wir haben hier an diesen Stellen fünf Leerzeichen immer jeweils. Und das andere sind Tabulatorzeichen. Ne, das sind auch Leerzeichen. Ja, das tut dann etwas weh, aber das muss ja nicht jeder sehen. Und die Website sieht ja auf den ersten Blick nicht so aus, als wären da ganz viele Leerzeichen drin. Außerdem fällt mir noch etwas ein, nämlich hatten wir ja vorher schon eine Website, die zwar nicht selbst gemacht wurde, das ist klar. Also vom Design her, sondern eben, wie gesagt, von Web, äh, Self-HTML übernommen wurde. Aber wenigstens hatten wir eine. Dadurch, dass wir jetzt hier das neu gemacht haben. Ja, da ich ja leider ein so gefragter und beschäftigter Mensch bin, habe ich einen Anruf bekommen und komplett vergessen, wo ich war. Aber das wird wahrscheinlich nicht lange dauern, bis ich wieder irgendeinen Fehler finde, auf den ich dann eingehen kann. Ach ja, genau. Ich wollte gerade kritisieren, das Konzept, dass man Sachen, die funktionieren, die einen Mehrwert bieten, verwirft und durch etwas ersetzt, das weniger bietet. Als Beispiel hätte man ja die alte Website behalten können und Stück für Stück die Seiten austauschen können. Das hätte zwar natürlich den Nachteil, dass nicht alle Seiten gleich aussehen, aber ich finde in der Abwägung eine inkonsistent aussehende Website besser als eine Website, die nur aus drei Seiten besteht. Wobei, ja, vier Seiten, fünf Seiten, fünf Seiten haben wir hier. Ja. Soviel zu dieser Seite. Ich finde das sehr gut. Ich finde das sehr gut, dass hier so ein CSS verwendet wird, das etwas ambitionierter ist, so mit zwei Spalten, dass Sachen größer und kleiner werden, dass wir Farbübergänge in dem Titel und in den Titeln drin haben, finde ich auch gut. Und als Rückmeldung würde ich eben einmal das geben, sich die URLs anzugucken, dass man URLs hat, die relativ genug sind, um da einmal diesen Fehler zu verhindern, dass hier Index HTML drin steht. Das hat übrigens einen riesigen Nachteil auch, weil nämlich Suchmaschinen wie Google zum Beispiel, die diese Seite durchsuchen, nehmen dann die Startseite vielleicht doppelt auf. Weil, ja, die URL-Index-HTML eine andere ist als diese hier. Und wir erhalten für beide Seiten den gleichen Inhalt. Naja. Als Vergleich möchte ich jetzt weitere Seiten zeigen, die auch komplett selbst gemacht wurden, zumindest nicht von Vorlagen übernommen wurden. Hier ist die Seite von einem Freund und Kollegen, der mal ein paar Sachen hier vielleicht korrigieren müsste, aber eine sehr schöne Seite, die auch einige Haken hat, auf die ich aber schon eingegangen bin, deswegen hier im Schnellformat. Erstens, wenn man auf die Links raufklickt, werden sie größer, also es erscheint ein Rahmen, der sonst nicht da ist und das hat zur Folge, dass das Layout sich verändert und Sachen in die nächste Zeile wandern. Nein, das ist einfach grauenhaft. Man stellt sich mal vor, jemand geht hier entlang und möchte dann auf Projekte raufgehen. Und plötzlich ist Projekte aber da. Nein, nein. Nein, nein. Ja, außerdem habe ich das auch schon mal kritisiert. Jeder sei hier angeblich willkommen. Es gibt auch Nazis auf der Welt oder Mörder oder Menschen, die Seiten hassen, die mit H anfangen. Übrigens passt das H nicht zum Rest des Titels, das möchte ich auch kritisieren. Dann gibt es hier noch Artikel, die einigermaßen aktuell sind, immerhin. Aber es könnte eigentlich auch noch aktuellere Seiten geben, denke ich mal. Dann sind hier noch ein paar weitere Sachen. Ja, also ich finde die Seite gut, es ist viel Inhalt in dieser Seite, das gefällt mir. Also man kann hier viel herumlesen und sich in Sachen reinlesen und reinsteigern. Es sind hier viele Spielereien drin, es sind interessante Fehler drin. Also das sieht mir sehr nach einem CSS-Fehler aus, dass wir jetzt hier den Text größer haben, als Platz da ist und dass wir zum Beispiel das Bild verzerrt haben. Verzerrte Bilder sind etwas ganz Schlimmes. Man sieht, dass dieses Bild nicht im richtigen Seitenverhältnis ist, weil die Windräder müssten ja eigentlich einen runden Radius haben. Aber es ist hier ganz klar eine Ellipse, deswegen würde ich sagen, dass das etwa ein Drittel zu hoch ist. Es werden sehr gute Seiten empfohlen. Und es gibt auch einen Steckbrief mit aufklappbaren Kisten. Da habe ich ja schon mal gesagt, dass ich die aufklappbare Form zwar für eine nette Spielerei halte, aber irgendwie nicht praktisch. Weil wenn man sich das durchlesen möchte, kann man sich nicht zurücklehnen auf seinem Sofa und auf dem Fernseher sich das angucken. Sondern man muss die ganze Zeit klicken und Sachen aufmachen. Teilweise ziemlich offensichtliche Sachen drin. Aber ich finde das gut. Bei meiner Selbstbeschreibung sind auch offensichtliche Sachen drin. Und ja, das war es von dieser Seite. Dann haben wir noch diese Seite hier. Die gehört jemandem, der einen Namen hat, der eigentlich ursprünglich auf Kirillisch geschrieben wurde. Und das ist hier die Transliteration in die lateinische Schrift. Wir haben eine Aufforderung, den Krieg zu stoppen oben. Finde ich auch gut. Also ich unterstütze diese Forderung, wenn ich auch jetzt nicht weiß, wie diese Forderung umzusetzen ist. Also es richtet sich ja an alle. Und es werden unter allen wahrscheinlich auch welche dabei sein, die diese Forderung theoretisch umsetzen können. Auch hier werden gute Seiten empfohlen. Dann gibt es noch diese Website. Aber diese Website ist von einigen Punkten her sehr schlecht. Also erstens werden hier nicht so gute Seiten empfohlen, wie jetzt auf den anderen Seiten. Zum anderen ist hier keine Hintergrundfarbe. Also nur weiß. Das ist schlecht. Da muss ich natürlich 10 Punkte abziehen für. Ne, das war nur ein Witz. Ich finde die Seite gut. Ich finde diese Spielerei hier oben lustig, dass es abhängig von der Tageszeit hier verschiedene Fragen oder Texte gibt. Etwas frustrierend daran ist, dass man diese Fragen nicht beantworten kann. Es gibt hier kein Antwortfeld oder ähnliches. Das könnte man noch nachbessern, wie auch viele andere Sachen. Man kann sich bei dieser Seite anmelden. Man kann sich ein Konto erstellen. Und wie man hier sieht, habe ich das bereits getan. Man kann raufklicken und seine angemeldeten Geräte sehen. Man kann sich Informationen über das Serversystem ansehen. Man kann Dateien durchsuchen auf dem Server. Man kann viele Sachen machen. Und man kann sich auch zum Beispiel eins dieser Programme ansehen, die diese Person gemacht hat. Und da haben wir zum Beispiel dieses Programm hier, bei dem man Benachrichtigungen zulassen kann. Da komme ich gleich zu, was nämlich da passiert. Wir können uns nämlich hier einen Wecker stellen. Beispielsweise auf 15 Uhr 35. Und wenn wir jetzt zurückgehen, ich vibrate, bringt jetzt beim Laptop hier nichts. Ich stelle nochmal eine andere Farbe ein. Dann klingelt es bereits. Ja. Wecker klingelt. Jetzt können wir den Wecker hier nicht ausschalten, weil wir im Menü drin sind, denke ich mal. Deswegen können wir den jetzt hier ausschalten. Und jetzt ist er ausgeschaltet. Jetzt geht er aber vermutlich gleich wieder an, oder? Ne. Ah, es wurde sich wohl schon gemerkt, dass er schon geklingelt hat. Und deswegen geht er nicht nochmal an. Na gut, das ist ein schönes kleines Programm. Und von solchen Programmen findet man auf dieser Seite mehrere. Und deswegen empfehle ich diese Seite sehr für erst recht Techniker, Entwickler und so weiter. Was CSS angeht, empfehle ich diese Seite hier und diese und diese. Und wenn ich jetzt entscheiden sollte, welche Seite die beste ist, dann würde ich vermutlich die von Simon nehmen. Da ist einfach am meisten drin, am meisten Kreativität ist eingeflossen in das Design. Abgesehen jetzt von diesem hier insgesamt ist die sehr intuitiv zu verwenden. Macht Spaß, sich die Seite anzugucken. Und wenn die Seiten, zum Beispiel wenn diese Seite jetzt hier noch viele weitere Inhalte erhält, dann hat sie eine gute Chance, diese Seite hier in meinem Ranking zu überholen. Und hier erwarte ich irgendwie gar kein CSS. Also die Seite von Lando, die ist von meiner her sehr gut vergleichbar, weil wir beide eigentlich eher so auf die Inhalte, auf Programmierung und so weiter fokussiert sind und nicht auf schöne CSS-Effekte. Genug gelabert, das war's für heute. Ich hoffe, dass irgendjemand daraus etwas lernen konnte und dass jemand auch auf die Idee kommt, vielleicht meinen Kanal zu abonnieren. Schließlich muss ich mehr Abonnenten als Little Clone bekommen und das wird schwierig. Und das wird irgendjemand voncohisch réflexigend. Untertitelung des ZDF, 2020